Moin, ich bin Philipp, 27 Jahre alt und zweiter Vorsitzender am Wildeshauser Spähmannzug. PlayStation ist im Jahr 2023 ein Must-Have, oder? Aber hast du schon überlegt, wie unglaublich geil es sein könnte, mit tollen Freunden und Kameraden unterwegs zu sein? Nein, dann lasst es euch nicht entgehen. Bei uns im Spielmannzug haben wir immer viel Spaß, sind viel nach frischem Luft und auch, wenn man es mir nicht anseht, viel in Bewegung. Das Miteinander wird hier groß geschrieben. Wir sind immer füreinander da, egal ob privat oder im Verein. Das F in FIFA steht für Flöte, also komm in die Ausbildung. Du hast mal feiner Lyra gehört, dieses Glockenspielteil kennt doch jeder aus dem Musikunterricht aus der Schule. Genau das kannst du bei uns professionell lernen. Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Das Ausbildungsziel begleitet dich auf deinem Weg zum Musiker. Ich hoffe, dir hat der kurze Einblick gefallen. Wenn ja, dann melde dich doch und sei dabei. Musik 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 Outro